ah kein stick sieht man sogar dass ich ein bisschen weggnick es war so kruppelig oh gott wie du hier geschlittert bist am rand jetzt bin ich mit dem rechten davor schon abgerutscht ja so ist das also beim stick challenge am laufen vom rohr straight an die wand an die schräge da dann einmal komplett an der wand bleiben und laufen dann dreht sich wieder aufs rohr sticken ok let's stick third challenge oh sein war immer schneller werden oder ich sonst runtergefallen wäre ja 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 Bist du? Bist du? Bist du? Bist du? Oh ja! Ja, das ist gut der Hülle. Ja, das ist gut. Ja, ja! Ja, das ist ja! Das ist gut. Das ist gut. Ja, das ist gut. Ah, das ist gut. Ich glaube, das ist gut. Ich würde in der Mitte kommen, das ist gut. Oh, ja, das ist gut. Ja! Das ist so schön. Wir sind so schön. Oh! Woah! Yes! yes oh yes 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 oh 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 no 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 hmm yeah oh yes got you oh 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 oh